Hallo und herzlich Willkommen zum... Es war Currys Idee. Hey, bist du fast? Es war Currys Idee! Curry wollte unbedingt, dass wir das spielen. Wie heißt das? Flashlights? Das kennt ihr manche von euch von euren Lieblingsseiten als Werbebanner. 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 Aber es gibt es halt auch als Spiel. Alter. Sag doch einfach, wenn ihr das nicht spielen wollt. Doch, das ist toll Curry. Ich sag doch gar nicht, dass es toll ist! Curry liebt das jeden Abend. Curry hat wie immer geübt. Aber vielleicht ist es ja wirklich lustig für zwei Folgen. Ja, ich mach mich tot Curry. Also ganz kurz, um zu erzählen worum es geht. Es geht um unsere Helfer im Alltag. Die werden hier einfach... Da wird haargenau der actionreiche und gefährliche Alltag unserer Lieblingshelfer dargestellt. Simuliert. Sieht man richtig. Man kann sich richtig einfühlen. Es ist ein bisschen wie Detroit Become Human, wo man kein Geld hat, um programmieren zu lassen. Nein. Ach komm, wir haben eine Klasse gemacht. Und wir können nicht sagen, dass wir keinen Spaß hatten. Ja. Ja, gut. Feuerwehrmann haben wir gesagt, ne? Genau. Man muss dazu sagen, es gibt die Klasse der Feuerwehrmänner, die Klasse der Polizisten und die Klasse der Sanitäter. Wie ernst der Curry das sofort rüberbringt? Ja, was soll ich denn sonst... Der Film einfach... Ja, dann erzähl du doch. Das ist ja so eine Video-Video aller Games-Star. Wann habt ihr Eifelspiele vorgeschlagen heute? Gar keins! Also es gibt den Polizist, es gibt den Feuerwehrmann und es gibt die Klasse des Sanitäters. Und was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, und das macht das gleich schon sehr sympathisch, man kann nur Männer auswählen. Ja, das ist echt toll. Und hier. Es gibt nur Männer. Es gibt Pfeile. Männlich, 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 männlich. Alter. Wollen wir alle Klassen zeigen heute in der ersten Folge oder wollen wir nur Feuerwehrmann? Ich würde sagen nur Feuerwehrmann und dann freuen sich die Leute bestimmt, wenn wir noch mehr folgen. Ja, stimmt. Was sind das für Schmutz-Texturen? Alter, die Haare von dem Körper 2. Alter. Allein der Name Körper 2. Körper 2, Alter. Und es gibt 3. Alter, ey. Warte mal, ein bisschen was war Justin Bieber, die Frise. Ey, das ist ja fürchterlich einfach. Oh, wie die aussehen. Alter, ich bin so ein richtiger Hipster-Feuerwehrmann. Boah, ich auch. Ich auch, Tobi, ich auch. Ich wette, wir sehen alle komplett gleich aus. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Sollen wir alle aus 3 dann fertig? Achso, ich habe schon. Tut mir leid. Ich auch. Achso, dann mache ich auch schon. Es ist also die Charaktereinstellung, die Charaktereinstellung endet mich an die Sims. Alter, Tobi, Tobi oder was? Fertig. Warte, ich will auch. Wir sind Zwillinge. Ich nade auch noch. Alter und Curry startet auf Pandoria. Was ist denn da los? Hä, was? Tobi und Curry sehen genau gleich aus. Mann, ich sehe noch nichts. Oh, hallo. Hä, was ist er denn da? Hä, Tobi, was machst du da? Hä? Wie machst du das? Wie machst du das? Echt die Maus, dass du gedrückt hast? Oh! Achso. Wieso können wir uns denn boxen? Hä? Wieso kann ich als Feuermann prügeln? Was machen wir? Box in die Luft! So, Leute, guckt mich mal ganz kurz an. Guckt mich mal ganz kurz an. Ja? Ich möchte ganz kurz sagen, bei mir auf dem Hof ist heute Posterverkauf. Pfff. Was? So. Oh, ich muss die Kamera mal nach rechts machen. Was? Also Kamera... Was? Ich wollte lustig sein. Was ist denn das hier? Ach, ich glaube, hier kann man die Rolle ändern. Guck mal, können wir gleich machen. Ach Rolle... Oh Gott, wow, das ist... Die Tür ist doch richtig geil, weil die Tür hat einfach andere Steintexturen als die Wand. Das ist die geilste Tür, die ich je gesehen habe. Ich finde doch schön, dass die Stadt so belebt ist. Das ist echt toll. So, aber haben wir jetzt alle... Haben wir jetzt alle denselben Feuerwehrwagen? Hier schieben wir... Aber ich glaube, wir können alle in einen einsteigen, komm. Ja, ich... Kann mich nicht irgendwie dranhängen? Ja, machen wir, ne? Ne, dranhängen wir. Hä, wir sind doch hier nicht bei der Müllabfuhr. Doch, Mann. Geht doch. Geht ja, geht doch auch hier. So. Was denn? Was ich schon mal krass finde, ist... Also sie haben echt an nicht viel gedacht, ne? Ja. Was? Aber die Fahrzeuge sehen alle aus wie echte Fahrzeuge. Ja, das ist ein Scirocco hier, guck mal. Aber wenn ich mir das so angucke, es gibt nur vier verschiedene Fahrzeugmodelle dafür, ne? Ja. Ja, das ist halt so... Hä? Mustang, weißt du? Hä? Hast du dich gerade auch getroffen? Hä, Mustang? Das ist doch kein Mustang. Warte mal. Warte. Ich kann das nicht anklicken. Wahrscheinlich ist dann bei dir ein anderes Auto einfach. Ach so, ja, das kann auch sein. Ich geh mal auf die... ich geh mal zur anderen Seite. Ach, das ist scheiße. Kann ich auch hinten auf der Treppe mitfahren? Ne, ich glaube nicht. Schade. Wer soll denn fahren überhaupt? Scheunenfeuer, Leute! Scheunenfeuer! Oh, wir müssen stehen! Ich geh das an! Taki! Tata! Oh nein! Scheunenfeuer! Ich nehm an! Tobi, steig ein! Ach so, du bist noch drin. Alles klar! Alarmanlage an! Abfahrt! Alle hübsch... Alle hübsch... Alle hübsch... Wo's geht's? Ach so, ich muss ja... Ich muss ja... Ich muss ja... Ich muss ja noch anmachen. Hey, warte mal! Ich mach den Soundtrack gerade. Wow! Wir sind nur zu dritt, oder? Wir sind doch gerade zu dritt. Nee. Nee, Tobi ist auch drin. Nee, warte mal. Alter, wo müssen wir denn hinfahren? Alter, fehlt! Nein, Tobi ist drin. Der sitzt nur irgendwie in Pandoria. Ah ja, der Sache... Oder? Hä? Ja! Ich weiß... Ich weiß auch nicht, wie der Tobi das hingekriegt hat, aber egal. Das ist ein bisschen... Ich muss das sagen, erinnere mich voll stark an GTA. Also das neue GTA jetzt, klar. Guck mal, diese Action-Kamera-Fahrten hier. Uh, wie das ein bisschen zuckert. Guck mal, wie ich jetzt drifte. Wow! Wow! Wow, krass! Shit curry, shit curry, Alter. Boah, nice Action. Richtig nice Action. Zum Glück ruckelt der Wagen auch nicht von der Seite. Was, der ruckelt? Oh, sorry. Also, bei mir ruckelt der irgendwie ein bisschen. Du bist nur rot gefahren, der Scheiße. Ja, egal, wir haben einen Einsatz. Wir haben hier Feuer in Greentag. Adresse Greentag. Ja. Ich glaub, das soll nicht... Der ruckelt... Zuckert hier bei euch? Ich drifte! Ja, ja. Halt euch fest. Krass, krass. Seht ihr diese heftige Rettungskasse, die gebildet wurde? Ja, nice, ne? Der Verbrauch ist immer wieder stark heute Nachmittag. Weil ihr hier mitdenkt. Das ist Wahnsinn. Feierabverkehr hier gerade. Wow! Wow! Nein, ich bin rausgefallen! Ich bin rausgefallen! Hilfe! Der Drift war so hart, ich bin in das Fenster geflutscht. Hast du dich etwa nicht angeschnallt? Doch, schon, aber der Gurt ist gerissen bei der Action. Komm rein. Warte, warte. Ah, ich bin wieder drinnen durch die geschlossene Tür eingestiegen. Was geht's? Der Gurt ist gerissen. Drück mal auf die Wittnache Maustaste, auf der Draht. Wow! Wow! Wir müssen sieben Feuern löschen. Oh ja, das kriegen wir hin. Obwohl wir zu 14 sind. Schon jetzt hält es mich kaum auf dem Sitz vor Spannung, Alter. Ich riech das Feuer schon. Nicht so, dass ich weitergehen würde. Oh, Vorsicht! Weiß Wasser! Oh, Curry war da! Oh, so knapp! So knapp! So much Action! Aber ganz ehrlich, wo müssen wir denn hin? Ich krieg auf meiner Karte gar nichts angezeigt. Hey, hast du den Einsatz nicht angenommen? Der Grunde Punkt ist es da. Ach, da! Ach, du musst Epsilon drücken, um meinen Einsatz anzunehmen. Toll, Tobi, toll. Ah, jetzt! Geil, Tobi! Hey, Containerfeuer! Hä, wie sollt der Containerfeuer? Ah, ne, der hat den Einsatz von gerade nicht angenommen. Ich dachte, es wird automatisch dann übernommen. Ach so? Das dachte ich eigentlich auch. Na gut, aber gleich das nächste Feuer ist auch geil. Egal. Lösch da einfach mit. Wenn da gleich Menschen irgendwie in Gefahr sind, ich helfe einfach nicht. Weil ich hab den Auftrag nicht. Okay, das ist gut, das ist gut. Ich bin deutscher Feuerwehrmann. Boah. Automatisch war wieder krass überfüllt heute. Also es ist echt schlimm. Ja, zum Glück sind ja auch alle zur Seite schon gefahren. Das ist halt echt geil. Oh, wie man 10 drückt! Was zur Hölle? Hey, was denn? Ach so. Hier wacht sich einer. Ich dachte, Erik wacht hier durch den Sitz. Pahns Füße meinte ich in den Sitz, alter. Ja, deine Füße auch. Okay, jetzt wird's ernst, Leute. Da vorne ist die Scheune vor uns. Oh, scheiße. Durch die Häupern, durch den Zaun. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. So was geht's? Stimmt, man kann ja nix kaputt fahren hier, ne? Mit den Autos. Warte, wir sind noch nicht fertig, Pan. Wir müssen noch durch den Zaun. Ah, ich rauch noch eine. Hä? Alles klar, lass dir Zeit. Zum dir doch eine bei der Scheune an. Du hast genug Feuer. Wow, heftig. Hey, hör mal auf beim Fahren auszusteigen. Tobi, geh mal auf den Weg. Wow, das ist heftig, Mann. Okay. Aussteigen. Okay, und jetzt, äh, hier vorne, ne? Krasses Feuer. Jetzt müsst ihr hier an den Kepäck rauchen, oder müsst ihr euch die Feuerlöscher holen. Boah, das Geräusch, Akka. Ihr müsst euch ein Feuerlöscher holen, Leute. Ja, ich mach das gerade. Alter, das Feuer ist krass. Feuer löst sich. Hier ist ja richtig Feuer drin. Alter, kommt mal her. Man kann nicht reingehen, hier ist das Feuer. Heftig. Lustiges Feuer auf dem Beton, Alter. Halte drauf, halte drauf. Der Beton brennt. Vorsicht. Warum, Alter, warum? Hä? 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 Der Kerke riecht sich voll aus wie Hämmer. Der Kerke riecht sich voll aus wie Hämmer. Warum passiert denn nix? Das ist so pahrendisch da gerade. Das eine ist aus, aber das sind noch andere, glaube ich, ne? Die sind außen an der Wand. Scheiße. Hier außen ist noch. Ich seh gar nichts. Ich suche einen anderen Eingang, Freunde. Ich geh rein. Ich geh rein. Halt! Okay, man kann nicht reingehen, das ist nur sechs Uhr alles. Okay, ich lösche das nächste Feuer. Ich bin unterwegs. Krass, Curry, krass. 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 Was macht Tobi? Was machst Tobi? Tobi ist eine rauchen. Das wird ja eine rauchen, wa? Oh, ich hab keinen Feuerlöscher. Tobi? Tobi? Hä? Tobi? Ernsthaft? Tobi? Wo ist sie denn? Warte mal. Tobi? Tobi? Wo steht ihr denn? Das weiß keiner. Tobi! Wo ist Tobi? Tobi ist einfach weggerannt. Wo ist denn der Hydrat? Alter, ist er sich wieder Lace-Chips kaufen? Hä? Wir haben hier keinen Hydrant, Tobi. Äh, wir sind bei einer Farm. Ja, ist doch egal. Wo ist der Hydrant, Mann? Die rennt hier mit dem Gouda-Käse rum. Wo ist Tobi? Oh, ich glaub Tobi wurde rausgekickt. Hä? Oh ja, auf Discord ist er auch raus. Oh ne, 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 ne. Das Spiel war so krass. Das Spiel war so krass. Das Spiel war so krass für den PC. Das ist einfach... Oh ne. Oh, Feuer. Diese Schlauchrolle sieht aus wie Gouda-Käse. Das ist richtig. Kann der Tobi den... Wir löschen mal und dann gucken wir mal wegen Tobi jetzt. Ja, ja. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn Feuer löschen? Einmal draufhalten, dann hast du so ne Anzeige. Hä? Warum macht der denn? Ich seh das Feuer nicht. Was? Wieso löschen das nicht zu Ende hier? Ja, ich glaub das ist... Du musst das selber anfangen, glaub ich. Warte, warte. Ich glaub man muss das... Man kann nicht mehrere Feuer... Also man kann nicht zusammen ein Feuer löschen. Das geht glaub ich nicht. Okay, ein Feuer ist aus. Ja, ich mach das nächste. Okay, geil Curry. Und auf der Tür ist auch noch eins. Auf der Tür oben. Halt durch. Okay, geil Curry. Und im Fenchlauch. Im Fenchlauch. Im Fenchlauch. Das ist die Action hier. Hör mal der Schaum kommt richtig raus. Wie sprüh ich habe. Geil Curry, Alter. Geil Curry. Boah. Geil Curry. Boah. Boah. Champagner Party. Yeah. Halt drauf. Halt drauf. Da ist doch ne Feuerpick. Karwasch. Oh mein Feuerlöscher ist leer. Oh meine auch. Was? Ne, wir haben es geschafft. Hey. Krass. Wie machen wir das jetzt? Super. Der Tobi ist weg. Ich glaube wir müssen mal einen Cut machen und dann warten bis der Tobi wieder da ist. Oder? Machen wir, machen wir. Alles klar. Könntest du bitte aufhören hier das Feuer, dann könntest du mal bitte aufhören das Feuerlöschzeug rumzuspritzen. Hey, bei mir spritzt der noch. Hey, iiih. Ne. Bei mir schon. Meins ist leer. Was ist denn wenn ich jetzt so mache? Ich hab's leer gespritzt heute. Was? Was war's denn? Hä? Hä? Okay, dann machen wir einen kurzen Cut. Okay. Machen wir einen kurzen Cut. Habe ich gerade den Verkehr gehört? Ne. Nicht auch. So. Bis gleich. Ja, dann bis gleich. Vielleicht ist der Tobi gleich wieder da. Dann bis gleich. Oh neues Feuer. Oh mein Gott. Ja, willkommen zurück. Der Tobi ist auch wieder da. Und uns ist gerade aufgefallen. Äh, Alter. Ich weiß nicht mehr wie man... Wollen wir es beschreiben? Unsere Füße vorne aus dem Auto gucken, Mann. Guck unsere Füße da raus. Wie scheiße ich das denn aus? Das ist halt, Komfort steht an erster Stelle bei unserer Feuerwehr. Warte mal, wo ist denn die Pan dahinten? Oh, die Pan sitzt... Okay, alles gut. Ja, ich sitz hier, ich sitz hier. Okay Tobi, wir kommen auch immer gefahren zu dir, ja? Wo seid ihr denn gerade? Oder sollen wir... Siehst du uns nicht? Ja, ja, ihr fahrt bei mir gerade aber eine ganz andere Richtung irgendwie. Ja, weil jetzt kommen wir in deine Richtungen. Ah, okay, okay. Ähm. Aber wir nehmen noch keinen Einsatz an, oder? Ich glaub, der Tobi hat schon, ne? Ich hab dieses, äh, Vehicle-Carding jetzt angenommen, ja. Ah, okay. Ach, du hast das angenommen? Weil wir haben jetzt Gebäudefeuer... Also, bei mir ist jetzt Gebäudefeuer gerade. Ja, bei mir ist auch Gebäudefeuer. Kann ich das irgendwie abbrechen? Äh... Gebäudefeuer ist bei mir wieder weg. Oder? Wenn ich jetzt annehme... Ich hab das abgelehnt, ich hab das abgelehnt. Ah, okay. Ich glaub, dann geht das automatisch weg, wenn das einer ablehnt, oder? Nee. Okay, war schon irgendwie gleich. Keine Ahnung. Bestes Spiel, Alter. Bestes Spiel. Hä? Wir haben gar keine Motorengeräusche. Nee, ne? Das ist halt voll doof. Oh, Gebäudefeuer haben wir jetzt. Quietsch, quietsch, quietsch! Was ist denn, wenn ich die Alarmanlage anmache? Habt ihr dann? Oh, ja. Ne, Alarmanlage. Aber wir haben Alarmen. In einer Welt, in der es keine Menschen gibt, aber Feuer ausbrechen. Alter! Draußenweg! Der Tobi kommt, der Tobi kommt. Jawoll! Tobi! Mega Crash Incoming! Alter, was? Was? Hä? Was? Hallo? Was? Was passiert denn jetzt, Tobi? Was ist das denn? Das waren die Transformers, Alter. Hä? Hä? Warum? Warum? Und unsere Füße gucken immer noch aus. Was ist das denn für ein Spiel, Mann? Was ist das denn für ein Spiel, Mann? Ey, Tobi, warte mal, willst du bei uns nicht wieder einsteigen? Oh, Alter, ey. Ja, jetzt schon. Ne, warte, geh. Hier. Guck mal, ich hab ein Auto. Hä? Habt ihr gesehen? Hä? Das ist mein Auto, ich hab's gespawnt. Hä? Oh, warte, 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 warte. Oh, Tobi, auch. Was passiert denn, wenn ich das jetzt mache? Das? Oh, ja, mach mal, während wir drin sind. Wow! Hä? Ja, voll geil, Alter. Wuhu! Wuhu! Das Problem ist, wir kommen hier nicht mehr hoch, ne? Was? Doch, doch. Boah, Alter! Okay, wir müssen immer noch einen Brand löschen. Tobi, schick uns mal zum Einsatzort da, oder wie, oder was? Hast du den abgelehnt? Äh, ne, konnte ich nicht, aber ihr habt dann auch einen angenommen, oder? Ne, wir haben auch keinen angenommen. Aber wir würden dir folgen, wenn wir hier den Berg hochkommen. Also, ich komm hier nicht mehr weg. Wir können ja auch einfach easy aussteigen und, ähm, unsere... Das brauchen wir denn doch einfach, oder? Ja, eben. Wir haben ja die Macht einfach der Feuerwehr. Ja, geil! Wir sind aber Wahnsinn. Wer fährt denn da weg, wer fährt denn da weg, wer fährt denn da weg? Wer fährt denn da weg? Das ist der Tobi, glaub ich, ne? Tobi fährt weg. Tobi, stopp! Nein, Tobi, das Feuer! Es geht um Menschen neben, Tobi! Ach stimmt, du kannst uns zu deinem Einsatzort fahren, Tobi. Dann können wir mit dir löschen. Hä? Ich kann nicht bremsen, WTF. Nein! Er muss nur richtig drauf treten. So, ich schrieße. Guck mal, ich kann an Tobis Füßen riechen. Tobis Füße, guck mal! Das ist so bescheuert, Alter. So, lass ihn mal rein, Tobi, stopp! Schön! Wunderbar! Alter! Ich kann nicht bremsen, Mann, es geht nicht! Ja, ich will einsteigen! So, jetzt! Okay, auf geht's! Hä? Curry, warum hast du so einen fetten Feuerlösch in der Hand, oder ist das was anderes? Was ist das? Guck mal Curry! Hä? Ich hatte kein Feuerlösch in der Hand! Ja, du hast eine fetten Feuerlösch in der Hand! Was? Du hast doch ganz komische Bewegungen! Curry, was ist los? Du so ein geiles Schwein! Was ist doch gar nichts! Achja, das Spiel ist ja Flashlight, na klar! Tobi, wo fährst du uns eigentlich gerade hin? Ja, sorry, jetzt geht's los! Okay, geil, auf geht's! Boah, was für eine kleine Fortstadt, riecht geil! Was ist das denn hier für ein abgelegenes... Oh Gott! Guck mal, da hat einer aus Schweb! Die schweben! Hä? Das ist so doof, ey! Wie weit müssen wir eigentlich fahren, Tobi? Bis zum... Was hast du? Ist unten rechts am Strand irgendwo! Oh, ab zum Strand! Ab zum Strand! Boah, driftet! Ja, geil! Geil, Tobi, geil! Gibt's auch Bademeister-Deals? Gibt's auch Bademeister-Deals? Die... Alter! Alter! Krasse Action! Das ist too fast, too Feuerwehr, Alter! Hä? Ich höre eben, welche Leute hier im Hintergrund reden! Hä? Hä? Scheiße, ernst? Ah! Ah! Die Kamera nach hinten! Hä? Die Kamera nach hinten! Alter, ist so gut! Es ist so gut, Alter! Wie gut sieht das denn aus? Stopp! Die wird sich... Hä, Tobi? Oh, die Häuser hier fliegen auch, oder? Boah, Tobi! Wo ist sie los? Ey, was ist jetzt? Oh nein, oh nein! Oh nein, Tobi! Sehr gut, Tobi! Sehr gut! So! Alter, bist du... Was man bei uns nicht weiß, wir waren früher im Zirkus, die Feuerwehr. Das lernt man den Damen schon beim Führerschein machen. Ich freue mich grad voll auf die anderen beiden Berufe. Ich hoffe, wir machen da noch was. Ey, ich muss das alles sehen! Also ich denke auf jeden Fall, dass wir bei der Polizei und bei dem Notarzt ein bisschen mehr mit anderen KIs was zu tun haben. Mit was? Mit was? Vor allem, was ich so krass finde... Wie lang brennt das da jetzt bitte schon? Ja, gut, das hat ja Zeit! Ey, wir sind die schnellste Feuerwehr der Welt! Das muss sich ja auch lohnen, wenn wir da ankommen. Boah, Tobi, geiler Drift! Geiler Drift, Tobi! Ja, Mann! Krass, Alter, Tobi! Krass! Tobi, hast du gerade deine Logitech Lenkrad angeschlossen für das Spiel? Natürlich! Hä, sind wir jetzt in der Wüste? Ja! Hä? Das ist doch kein Strand, da ist ne... Wow! Wow, Tobi! Hä, das ist ne Wüste! Hä? Wo sollt denn hier brennen? Das soll ein Strand sein? Warum fängt hier ne Wüste genau neben der Stadt an? Da bist du ja verwurstet, bist du hier... Und die Straße wird einfach... Ah! Hilfe! Und hier ist der Brand, oder was? Ja, kommt gleich! Du hast ne Palme, oder was? Der kommt gleich! Was brennt denn hier in der Tesla-Fabrik? Warte mal, wird holprig! Wow! Wow! Ganz realistisches Feuerwehrmann-Dasein! Alter, Curry, ich seh, was du machst! Guck mal, wie süß! Guck mal, wie süß! Auf dem Feuerwehrwagen hinten steht unten am Nummernschild Sergeant Tobi! Oh, wie süß! Oh, ja! Oh, Gott! Oh! Oh! Oh, ich seh den Brand! Ich seh den Brand vorne geradeaus! Oh, ja! Krass! Du Scheiße! Richtig ne Flammband am Horizont einfach! Wow! Einfach hin da! Wenn er hochkommen weiß ich immer nicht, oder? Oh, Vorsicht, Tobi! Wow! Hä? Äh... Scheiß... Scheiß Kackschild! Wir können nicht kommen! Es ist natürlich nichts los, ne? Das ist voll heftig! Hä? Die sind alle tot irgendwie hier, ich weiß nicht! Vor allem, wie kannst du denn da... Hä? Guck mal, wie er da steht! Das hier war früher mal New York! Hä? Hä? Auf einmal sind Autos! Hä? Autos sind da! Okay, Leute! Halt euch fest! Ihr müsst das löschen! Oh, Gott! Wir steigen alle sitzend aus! Oh, durch den Feuerlöscher! Es wird ernst! Ich kann da gar nicht anklicken! Was ist passiert, Jungemann? Das ist voll ein Bulli, Alter! Geht das schon? Hä? Wir echt sind da! Bauen Sie Wasser! Nächster! Achso! Okay, löschen, löschen, löschen! Ich gehe auf den Reifen! Tobi inspiziert erstmal den Autos! Oh, schön! Scheiße, dass nur noch ein Schild brennt! Hä? Tobi ist verschwunden bei mir! Hä? Tobi ist verschwunden bei mir! Tobi, nein, nicht schon wieder! Oh, nein, Tobi! Tobi ist wieder weg! Nein, Tobi! Alter! Nein! Ob das noch im Spiel liegt? Ich bin mir nicht sicher! Wahrscheinlich! Oh, Scheiße! Oh, Tobi! Aber wir müssen den Wagen löschen! Wir können nicht warten! Okay, wir müssen den Wagen löschen! Wir können die Leben nicht einfach... Oh, mein Gott! Oh, da müssen wir doch was anderes spielen! Zu viel steht auf dem Spiel! Zu viel! Scheiße, Tobi! Feuerwehrlöscher! Oh, nein! Fast gelöscht, fast gelöscht! Der Wagen ist weg! Ja, eben! Ich hole einen neuen, warte! Was, wie machst du das denn, Pan? Oh! Warte, ich hole meinen auch noch zu unterstützen! Oh, der arme Tobi, Mann! Ach, Mann, das ist ja kacke! Hä, ist vielleicht sein PC zu warm oder so? Weiß ich nicht! In der Kamera, nicht? Vielleicht muss die Feuerwehr anrücken! Oh, Mann, das war grad so lustig! Krass! Ach, Scheiße, Tobi, ey! Hey, was passiert denn hier gerade? Warte mal! Er ist wieder im Disco! Tobi! Tobi, Tobi, da bist du wieder! Tobi? Wir hören dich nicht! Tobi! Noch nicht, wir hören dich noch nicht! Tobi! Tobi? Guckst du lange wegen Tobi, ist doch zu lange in Hydranten! Hier gibt's bestimmt einen! Tobi? Da, 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 da! Warum hab ich denn... Ach, Tobi! Ich hab irgendwelche Geräusche im Hintergrund, die sich anhören, als wenn die im Tunnel aufgenommen! Irgendwelche Leute reden da! Ja, ich auch! Was? Ja! Ein Pan läuft wieder mit dem Gouda-Käse rum, was soll das? Oh, Mann, ey! Leute, ich geh an den Strand, bis Tobi da ist! Ich mach Urlaub! Ich mach mir verdient! Tobi! Da startet doch ein neues Rufflet's Play! Hey, Tobi! Ja, Tobi! Müssen wir noch weiterspielen, ne? Ja! Da hat mein PC mit den Feuern, mit diesen krassen Feuer- und Raucheffekten einfach Probleme! Boah, ja gut, ist doch auch heftig! Ach, Scheiße! Aber gut, nächste Folge haben wir ja kein Feuer! Sondern nur tote Menschen! Also halbtot! Ich brauch keine Strategie! Von welcher Firma ist dein PC? Oh Gott! Mich gibt es zweimal! Ne, ist keine Hightech! Ne, ist keine Hightech? Ne, ne! Hey! Pardon! Oh mein Gott! Ah! Was denn? Ich glaub, das Wasser besteht auf Säure, das ist nicht so gut! Oh! Oh! Was passiert, wenn man... Was heißt denn Reset? Ja, ich glaub, dann sind wir tot! Macht's gut! Ich krieg minus 35 Rufpunkte und er lädt irgendwas! Ich glaub, wir sind jetzt wieder am Haus! Hätte man eigentlich einfach an den Strand teleportieren können vielleicht? Hä? Ich dachte, Erich ist auf einmal ne andere Textur bei mir und das sieht aus, als wäre der unten rum nackt! Hä? Nun, das kann ich ja genau erklären! Bei ihm brennt's auch! Ähm... Aber krass, dass alle Rufpunkte weg sind, wenn man stirbt! Also richtig Burmadeath halt, ne? Burmadeath, heftig! Heftig ins Game! Wieso fliegt hier oben... Hä? Hier flog jetzt grad ein Wagen umrum, einfach so! Was hat keiner von uns ausgelöst? Äh, Curry? Ist der Tobi im Spiel? Ja! Curry, lädt er bei dir irgendwas? Oder... Ja, er lädt bei mir, aber es passiert halt nix! Bei mir lädt er sich tot die ganze Zeit! Und... Ja, gut! Also... Cool! Ja, wollen wir dann vielleicht lieber nächste Folge dann Polizei ausprobieren oder was? Ja, warte! Ich muss doch kurz... Ohne Feuer! Damit Tobi auch... Tobi hat dann ja gar nicht so viel in seiner Folge! Wollen wir lieber noch irgendwie nochmal rumfahren oder so? Nee, alles gut! Wenn ich dazu komme, ja... Ich hab die Folge sowieso überhaupt nicht! Ich lad von euch ja berührend eine hoch, weil ich hab sie sowieso nicht! Okay, ich schick dir einfach ne Folge, äh, äh, Vampir! Ja, oder so! Das ist auch okay! Das ist sogar noch besser! Okay! Waaas?! Ja, ja, äh, also hier... Geht nicht ins Wasser, weil dann ist das Spiel kaputt! Ja, Feuerwehr ist, glaub ich, ein bisschen zu krass für das Game! Ich glaube auch! Ist aber auch heftig, was die sich vorgenommen haben, Alter! Ja! Dieser ganze Real Shit und so, das ist zu heftig! Krass! Ja, dann... Dann machen wir... Sanitäter oder Polizist, ey! Nächste Runde dann Polizist oder Sanitäter? Ja! Erstmal Polizist, oder? Weil Sanitäter... Jawoll! Geil! Polizist, ey! Richtig die ARP, Alter! Richtig Streife, man! ARP, ey! Geil! Ja, das war... Flashlight! Geiles Game! Holt euch das auf Steam! Ich hab voll den Spaß meines Lebens hier, ey! Das ist voll geil! Ja... Und sonst? Ja, ich würd sagen... Tschüss! Bei mir passiert halt nichts... Achso, tschüss! Achso, ich bin grad im Ladebild! Hör auf! Kleve! Ich komm aus Kleve! Ach, Alter! Ja, bis zur nächsten Folge! Tschüss! Tolles Spiel! Hallo Entwickler! Handy Empire! Genau! cylindrastrukturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturaturatur favourite Vielen Dank.